Work-Life-Balance bedeutet für mich, zu jeder Zeit zwischen meinem Privatleben und meiner Arbeit hin- und herschalten zu können. Zum Beispiel mal spontan später zu kommen, wenn es denn sein muss, tagsüber Termine wahrnehmen zu können. Das ist gerade im Kontext mit einer jungen Familie durchaus wichtig. Zu wissen, jederzeit die Stunden reduzieren zu können oder einfach in Elternzeit zu gehen. Work-Life-Balance ist für mich ein Thema, das bei der Xitaso nicht nur groß auf der Website steht, sondern das auch wirklich aktiv gelebt wird. Für mich war es zum Beispiel möglich, meinen Freund, bei dem sich beruflich eine Auszeit ergeben hat, zu begleiten und dafür ein paar Monate unbezahlt frei zu nehmen. Und die Xitaso hat mich dabei von Anfang an unterstützt und auch als ich wiedergekommen bin, wurde ich sehr herzlich begrüßt und konnte direkt an meinem Team weiter starten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.